Bei einem Brand an Bord eines russischen U-Bootes sind mindestens 14 Menschen gestorben. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Demnach ereignete sich das Unglück gestern bei Forschungsarbeiten in russischen Gewässern. Die Marinesoldaten seien an Rauchvergiftung gestorben. Wie viele Menschen sich an Bord befanden, ist noch unklar. Das U-Boot wurde inzwischen zum Stützpunkt der russischen Nordflotte in Severomorsk im Norden des Landes gebracht.